Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten Eden gegen morgen. Den Garten Eden, Georgi, das Paradies, das Paradies, Georgi. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde, allerlei Bäume lustig anzusehen. Und gut zu essen und dem Baum des Lebens mitten im Garten und dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Bist du weiter, Georgi? Wie weit rohen wir denn heute? Georgi, siehst du den Ahorn? Dort, an dem Berg, der alle Bäume überragt, bis dorthin roden wir den Wald. Ist dann das Paradies? Ja. Die Erde ist die Schildkröte, die alles trägt. Der Himmel ist ein Adler, der alles schützt. Dazwischen sind die Menschen, Mann und Frau. Sie leben, siehst du? Und sie werden Kinder haben, die wiederleben. Und immer so weiter. Und immer so weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020